Weißt du, was krass wäre? Was wirklich krass wäre. Ich glaube, damit würde vorhin nochmal einen miesen Push bekommen in einer ganz anderen Zielgruppe. Oh mein Gott. So schön. Herzlich willkommen bei Hot Tech Surf Code, dem In-Game-News-Podcast. Julian, Fortnite ist wieder voll im Hype, die OG-Map ist zurück, Monte hat geweint, 45 Millionen Leute haben es an einem Tag gespielt. Bist du auch so im Hype? Okay, okay, warte. Bevor wir jetzt da tiefer drauf eingehen, ich glaube, wir haben sehr differenzierte Meinungen zu Fortnite. Erklär doch erstmal genau, was jetzt passiert ist. Also die OG-Map ist zurück, das ist die Map, die damals sozusagen Fortnite eingeläutet hat. Also es ist nicht die Original-Original-Map, sondern es ist die Map, mit der Fortnite eigentlich so richtig losging. Das ist jetzt alles zurückgekommen. Das Ganze dauert aber jetzt auch nur einen Monat. Also es hat nicht die komplett normale Spanne einer Season. Deswegen hat der Battle-Pass auch nur 50 Stufen statt normalerweise 100. Das ist eine Art Zwischenseason, kann man sagen. So ein Aufbau für die nächste. Genau. Und sie wollen halt dann dadurch jetzt eine neue Map launchen. Wir haben es auch uns beide angeguckt, weil wir sind keine Schwitzer im Gegenteil. Also ich zumindest nicht. Ich versuche es zu werden oder zu sein. Du bist dafür bekannt, dass du immer sehr viel Money reindrückst. Das ist so dein Ding. Viele Leute finden es ziemlich cool, dass OG jetzt wieder da ist. Also die Map wieder da ist. Die Map verändert sich auch zwischendurch, wurde auch schon gesagt. Es gab aber ja im Vorfeld auch immer wieder Gespräche darüber, dass einige Leute nicht zufrieden sind mit dem, was Fortnite bis dahin geworden ist. Ich glaube, das Hauptproblem bei der aktuellen Season, die ja auch gerade eigentlich noch läuft, oder bei dem Chap da, sag ich mal, war ja, dass es gar keine Live-Events zum Beispiel gab. Früher war es ja so, es gab irgendwie Travis Scott-Konzert. Da hatten die ja Travis Scott riesengroß animiert. Er ist auf die Map gefallen. Fun Fact war übrigens der erste Skin, den ich mir damals gekauft habe. Damit war ich dann in der Sucht gefangen, Skins zu kaufen. So kriegen sie das. Und dann gab es ja irgendwann so ein Kid Leroy-Konzert. Das war ja dann schon nicht mehr so groß. Die hatten dann irgendwann mal so ein Martin Luther King-Event. Ja, sie hatten auch Ariana Grande da und so. Ja, genau. Also es war dann aber alles nicht mehr so big, wie es halt mit Travis Scott war. Ja, dann fanden viele Leute die Map an sich einfach nur blöd. Ich habe auch das Gefühl, einige Leute fanden insgesamt einfach, dass es zu viel auf der Map gab. Ja. Also es gab zu viele verschiedene Optionen, Dinge zu tun, Dinge zu sehen. Ich weiß gar nicht. Also ich habe das nicht so wahrgenommen. Wie fandest du diese Realitätserweiterung, die es gab? Okay, das gebe ich zu. Das war mir auch ein bisschen too much. Ich glaube, dass viele Leute genau dieses ursprüngliche Raw-Gameplay auch vermisst haben. Was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass sich viele Leute auf die OG-Map gefreut haben. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass einige da draußen noch viel mehr Dinge ergänzen können, die an dem ehemaligen, also bisherigen Fortnite ihnen missfallen haben. Ja. Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, weil wir das vielleicht nicht so mitbekommen. Liegt auch daran, wie gesagt, wir sind jetzt nicht so die harten Schwitzer. Ich bin eher so, ich gucke immer mal wieder rein. Habe ich über die Jahre gemacht. So hat mir auch immer Bock gebracht. Und ich bin, habe ich auch schon letztes Mal, als ich hier mit dabei war, gesagt, Fortnite ist für mich immer ein Game gewesen, was vor allen Dingen immer Spaß gebracht hat. Ja. Also in dem Rahmen, wie ich es gespielt habe. Ich konnte immer einfach reinspringen und es gab was zu tun. und ich musste auch gar nicht unbedingt gewinnen oder mitschwitzen, um den Battle Royale zu gewinnen. Ich habe halt auch oft einfach irgendwelche Missionen gespielt. Das war auch witzig. Aber ich finde auch, die Missionen sind teilweise echt cool gemacht. Ja. Also geh irgendwie da und da hin, hol eine Pizza und bring die da hin. Und ich fand auch jetzt bei der OG-Map kann man ja gerade diese Gartenzwerge sammeln. Ja, genau. So. Und ich habe gar nicht so diesen Approach, dass ich jetzt denke so, okay, ich muss jetzt hier immer nach einem Gartenzwerg suchen, sondern es ist dann immer so, du landest irgendwo mal anders und dann ploppt auf einmal dieses Ausrufezeichen auf und denkst, oh, Ausrufezeichen. Ah, stimmt, da hast du wieder so ein Gartenzwerg. Aber wenn du relativ viel hast irgendwann, dann fängst du auch an, die dir wirklich irgendwie rauszuholen. Ja, und dann denkst du so, ich brauche nur noch zwei, um alle zu haben, jetzt fange ich an zu suchen. Das ist cool. Also wie gesagt, man kann immer irgendwie Spaß haben bei Fortnite und was ich auch immer cool fand, ist, dass man in der Regel, also bei mir ist es so, ich spüre immer Progress, es geht immer irgendwie voran, auch wenn ich nur mal irgendwie ein, zwei Runden gespielt habe, habe ich gemerkt, oh krass, ey, ich habe jetzt wieder ziemlich viel EP gesammelt und irgendwie bin aufgestiegen, kann mir irgendwas Neues holen. Das haben andere Shooter auch, natürlich. Aber nicht so geil. Aber nicht so doll, ja. Ich hoffe einfach, dass sie diesen Hype, den sie jetzt haben, mitnehmen können, wenn die jetzige Season dann vorbei ist, die OG Season, ins nächste Chapter und mit einer neuen Map reinkommen. Da gab es ja jetzt schon einen Leak, es wird glaube ich vier oder fünf neue Biome geben. Es gibt auf jeden Fall wieder ein dauerhaftes Schneegebiet. Es soll wohl so ein Gebiet geben, was ein bisschen so einen japanischen Vibe hat, so mit vielen Kirschblüten. Ja, es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, ob sie dann auch mit so Live-Events und so wieder zurückkommen und zu einer Vorbereitung haben. Ja, müssen sie hundertprozentig, das war doch das Geilste, dass du, zum Beispiel in der Season, wo es Marvel gab, da konntest du gegen Galactus kämpfen. Klar, das ist jetzt nicht irgendwie die größte spielerische Herausforderung, gegen ihn zu kämpfen. Nein, das war ja so ein Film. Genau. Aber das Coole ist ja auch einfach, bei solchen krassen Events, diese großen Dinger, die stattgefunden haben, da haben auch alle drüber geredet, weil es war einfach dann überall im Internet wurde darüber gequatscht, was ja auch irgendwie dem Kult irgendwie ganz gut getan hat. Ja, voll. Aber vielleicht können wir, weil sowas ja jetzt gerade eben nicht mehr so stattgefunden hat, auch mal drüber sprechen. Du meintest, OG Map findest du gar nicht so geil. Ja, muss ich leider ehrlicherweise sagen, ich war nicht so überzeugt. Also klar, ich war mega gehypt so und als ich dann am Freitag, als es rauskam, gespielt habe, bin ich auch nach der Arbeit direkt nach Hause, habe es runtergeladen, habe es Update gemacht, saß vor mir. Gleich 50 Euro reingepayt. Auf jeden Fall auch. Ich habe sofort den Battle Pass mir geholt und dann habe ich halt gespielt und dann ist mir so aufgefallen, okay, es gibt einfach Dinge, die im Spiel waren, auch früher und sie haben es ja versucht, so ein bisschen wieder runterzubrechen. Also du kannst nicht schwimmen, es gibt keine richtigen Fahrzeuge. Ich glaube, auch viele Leute vermissen nicht die Map an sich, sondern das Gefühl von früher. Dieses Unbeschwertsein, dieses Du gehst rein mit deinen Freunden. Es war noch nicht jeder der krasse Schwitzer und dann hat man immer mal wieder einen Win geholt und hat eher auch ab und zu mal Scheiß gebaut. Es ist cool. Ich glaube, es macht auch Spaß so. Ich spiele es auch aktiv jetzt wieder, aber mir fällt einfach auf, früher war es doch nicht so geil, weil man einfach viele Sachen nicht machen konnte. Genau, es ist ja dann erst angewachsen und dann zu dem geworden. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, am Anfang, als ich das gespielt habe, das ist ja, also es hat sich für mich fast ein bisschen wie ein Scam angefühlt, weil ich dachte, okay, sie nehmen einfach alles raus und das tun sie jetzt nach und nach wieder rein und dann freuen sich wieder alle so. Ich will jetzt nicht sagen billig, weil das natürlich immer noch mit Aufwand verbunden ist, aber trotzdem war ich so ein bisschen, hä? Dann habe ich aber gehört, dass es halt nicht so eine lange Season wird und dass auch noch ganz viel anderes passieren soll. Insofern glaube ich schon, dass das irgendwie Teil eines Plans ist und da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Aber das hat mich selber auch gecatcht, weil ich dann gelesen hatte, dass irgendwie in ein oder zwei Wochen die Flugzeuge wieder reinkommen. Ich dachte so, geil, Flugzeuge. Mit Flugzeuge klingt mega gut. Ja, ich war jetzt nach den ersten zwei Stunden, habe ich gedacht, okay, cooler Gag, OG-Map, aber jetzt hätte ich auch gern wieder mehr Möglichkeiten. Aber ich finde es total interessant, dass wir beide eher so diesen übergeordneten Blick gerade darauf haben und halt sagen, okay, man versteht das, dass es irgendwie cool ist und Nostalgie hat und so weiter, aber Monte hat im Stream geweint, weil es ihn emotional so stark ergriffen hat, wieder zurückzukommen. Oh mein Gott. So schön. Ich habe es mir angeguckt im Stream und dachte so, es hat wieder so ein geiles, wohliges Gefühl von früher gegeben. Du kommst auf die Map, die du kennst, du weißt, wie die Orte heißen, wo du hin musst, wo du was findest. Das finde ich auch zum Beispiel total geil, dass wenn du dich wirklich daran erinnerst, auch da, wo früher die Thun zum Beispiel waren, sind sie jetzt immer noch. Ja, ja, klar. Ich meine, ganz ehrlich, 2018 ist jetzt nicht 20 Jahre her, also ich finde das jetzt... Für viele schon. Okay. Hä? Monte, dass er weint, hat ja jetzt nicht nur jetzt dem Gameplay an sich zu tun, sondern eher auch mit der emotionalen, also mit dem Throwback zu seiner Zeit, wo er dann halt richtig durch die Decke gegangen ist, dann verstehe ich das schon eher, dass er jetzt nicht heult, weil das Spiel so derbe war damals. Nee, nee, es geht eher um das übergeordnete Gefühl von, dieses Spiel hat mich auf Twitch groß gemacht und mir auf eine gewisse Weise zum Durchbruch vorgelegt. Genau, für ihn, okay, das verstehe ich auch so, für mich ist das einfach so, ich bin auch, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich bin jetzt auch kein Retro-Games-Fan. Ich finde es witzig, ein Super-Nintendo sich mal anzugucken, aber ey, mein Gott, die Zeit geht voran. Deswegen bei Fortnite auch ganz nett mal kurz anzugucken. Du kaltherziger Sack, ey. Da bin ich halt so, Mann. Da bin ich halt einfach pragmatisch drauf. Pragmatisch? Das heißt, du fühlst gar nichts mehr. Ich würde mich einfach freuen, wenn es mal wieder ein geiles Live-Event gibt. Boah, weißt du, was krass wäre? Was wirklich krass wäre, ich glaube, damit würde Fortnite nochmal einen miesen Push bekommen in einer ganz anderen Zielgruppe, Taylor-Swift-Skin. Stimmt, Alter. Gibt es noch nicht. Digga, stell dir mal vor, die kriegen einen Taylor-Swift-Skin und ein Taylor-Swift-Live-Event. Das erste große Live-Event wieder, wo sie Taylor-Swift als Riesencharakter animiert haben und ins Game bringen. Wir haben ja letzte Folge über GTA 6 und sowas gesprochen und darüber, wie die Community so auf Leaks reagiert. Man muss sagen, eine Community noch schlimmer sind als die GTA 6-Leute, sind die Swifties. Digga, die interpretieren ja auch in jede Scheiße irgendwas rein. Da, hier hin. Erzähl du mir mal, was war deine Lieblings-Fortnite-Season? Boah, ich fand am geilsten, ich kann die ganzen Seasons bei Namen nicht nennen. Deswegen, egal, seht es mir nach, Leute. Aber ich würde sagen, die besten Seasons waren die, wo die Map mit Wasser war, komplett. Internet, wo es so Waterworld-mäßig war, wo man dann so Wasserski fahren konnte und sich an so ein Hai gehängt hat und solche Geschichten. Das war geil. Ich habe nicht so viel gespielt, aber ich weiß noch. Und die Season, wo Midas kam mit dem Gold und dieser Agenten-Geschichte. Das war auch richtig geil. Das war geil. Da hatte man echt das Gefühl, so Heists machen zu müssen. Und es ist ja, muss man ja, es ist auch bestimmt nicht einfach, sich ständig neuen genialen Shit einfallen zu lassen. Aber es war jetzt, glaube ich, auch gerade die Nachricht, dass einer der Haupt-Content-Denker, Vordenker, der ist gerade auch bei Epic rausgegangen. Der macht jetzt was anderes. Aber vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Vielleicht gibt es neues Blut, was da reinkommt und neue Ideen. Man weiß es nicht. Es wird ja auch immer über GTA 6 sehr viel spekuliert. Darüber haben wir in der Folge hier gesprochen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao.